Wir haben als Kategorie Sextoy das Karussell. Und jetzt gibt's einer, ob das gibt. Das gibt es. Ciao Leute, was geht ihr? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir hängen gerade bei mir im Büro. Was geht da, Kani? Alles gut? Zu meiner Linken befindet sich Kilian Nouros. Zu meiner rechten Kielbrunnen Barbie. Der eine ist SDS-Juror, extrem und erfolgreicher Jungunternehmer. Der andere ist Kilian Jonas. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit diesem wunderschönen Video an, meine Freunde. Wir spielen heute eine Runde Dattland-YouTuber. War stark, oder? War gut. Weiß ich, weiß ich selber. Dankeschön. Das hab ich nicht mal vorgeschrieben. Kam einfach so rein. Kurze Frage, was kostet dein Outfit? Perfekt, interessiert mich nicht. Ich würde sagen, Leute, ich erkläre nochmal ganz was die Spielregeln. Ich gewinne das Ding! Das ist jemand sehr motiviert. Hast du eigentlich schon mal irgendwas in irgendeinem YouTube Video gewonnen? Hey, warte mal. Ich hab gegen Sascha einmal gewonnen. Was sagst du? Wie toll deine Jacke ist. Das ist mir egal. Also wirklich, der Preis der Jacke ist mir persönlich egal, weil ich genug Geld habe. Und das interessiert die Leute da draußen auch nicht. Das, Leo, schneidest du nicht raus. Das schneidest du nicht raus, das kannst du drin lassen. Du hast gewonnen gegen Sascha. Wie viel kostet deine Uhr? Wollen wir anfangen einfach? Perfekt. Also, Leute, ihr wisst ja, statt ganz YouTuber. Wir haben als Kategorie Sextoy perfekt zum Frauenaufschleppen geeignet und ohne Dekorausgabe. Da würde ich fast schon sagen, diese Uhr. Ja, fangen wir einfach an, Leute. Kilian, zähl mal im Kopf von A runter. Also runter, ne? Okay, stopp. E. Okay, und los. Und stopp, ihr müsst aufhören. Was darfst du noch zu Ende schreiben? Was darfst du noch zu Ende schreiben? Kilian, nein! Ich habe auch nur zu Ende geschrieben, Junge. Okay, statt Kilian. Essen. Elfersberg. Elfersberg. Bei Land habe ich Estland. Äthiopien. 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 Ich darf erst Eddy schreiben, weil es gibt bestimmt irgendwo einen Eddy-Youtuber. Ein Eddy? Wer ist denn Eddy? Zehn, okay. Du hast auch zehn. Sexto habe ich den Ehrendildo. Eisenstein. Bist du stark? Ich habe Ejakulationsgerät. Geht's nicht. Natürlich. Was ist denn ein Eierlikation? Eierlikation? Eierlikation. Also Ejakulation ist ja so ein Fachbegriff für's W***. Nee, das ist Falsch, Hubert. Für Masturbation wäre W***. Ejakulation ist das Kommen, der Orgasmus. Genau, das muss ich halt. Aber den Ehrendildo kennt jeder. Jeder fünf Punkte, mehr können wir da nicht gehen. Nee, kaum ist okay. Okay, ich habe zehn. Okay, perfekt. Zum Abschleppen geeignet habe ich einfach Ecstasy reingeschrieben. Essen gehen. Ich habe Eistout-Uhr. Eistout? Nein. Nein. Null Punkte. Eist? Eist, Alter. Kinean. Ich dachte, das ist legitim. Null Punkte. Unnötige Ausgaben? Eimer. Eisenbahnkauf. Eine Rolex. Aber eine Rolex ist der Begriff. Eine Rolex. Eine Rolex ist okay. Zehn, ganz klar. Zehn, du hast null für ein Eimer, Alter. Tut mir leid, ein Eimer ist null Punkte. Wombardi, zähl mal von D runter. Wisch? Von D? Ja. Stopp. Also wie? Ja, okay. Stopp. Darf ich noch fertig schreiben? Nein! Du darfst doch auch fertig schreiben. Schreib doch halt dann. Ja, aber der ist hier nur Wombardi. Der hat doch Millionen. Wattenscheid. Wiesbaden. Warschau. Land habe ich Wales. Wales ist Bundes. Wales ist ein Land. Ich habe eine eigene Fußballmannschaft. Genau. Ich habe Wakanda. Oh mein Gott. YouTuber kenne ich nicht. Das ist unfair auch YouTuber. Was hast du noch YouTuber? WWW, World Wide Wohnzimmer. Ist YouTuber. Sind Zehner. Ich habe Wissenswert. Ja, ist richtig. Du hast gar keinen? Ne. 0 Punkte. Bei Sextoy. Habe ich Wachskerzen. Oh, stark. Ich habe ein Wurstdildo. Ekelhaas. Das ist schlechter. Ja, aber ist okay. Ich habe so den romantischen Massage-Waschlappen. Waschlappen zu massieren. Mit so Noppen drauf. Für F***. Kennst du doch. Zum Abschnitt geeignet Windsurfen gehen. Ja, okay. Ich habe Wellness machen. Ich habe wahrhaft selbstbewusstes Auftreten. Das ist für Frauen perfekt. Wenn man wahrhaft selbstbewusst ist. Nicht nur selbstbewusst, sondern wahrhaft. Also man ist wirklich selbstbewusst. Fünf Punkte, oder? Ja. Was? Ey. Das ist das Beste. Windsurfen, Junge. Das ist so schwarz. Aber Wellness machen. Unnötig hohe Ausgaben. Waschmaschine. Bist du behindert? Ja, das ist doch voll wichtig. Ja, aber es gibt teure und das ist unnötig. Ich habe hier drüber die Wäschenzeit. Ich habe hier einfach neue. Lifehack. Fünf Punkte. Ich habe WC aus Gold. Gibt zehn. Ich habe Wolkenkratzer kaufen. Ist nicht dumm. Ist eine Anlage. Investition. Null Punkte. Null Punkte. Aber Waschmaschine gibt fünf? Wagen wir ein. Okay, ich zähle durch. Okay. Stopp. Oh Gott. Stopp. Scheiße, Alter. Ich habe keinen einzigen YouTuber bis jetzt. Das ist aber dann dein Problem. Wenn du nicht unser... Bei mir ist immer... Hat der Hund den kompletten Stift zerkaut? Ja. Oder war das Leo? Ne, das war der Hund. Akani. Ich arbeite hier gerade. Du kriegst teures Futter. Das kostet sehr viel Geld. Ich muss dafür arbeiten. Dein Papa muss dafür Videos drehen. Nein. Okay, machen wir weiter. Die Stadt habe ich Lörrach. London. London. Jeder ein Zehner. Land Luxemburg. Litauen. Fünf. Wir beide. YouTuber Lamia Slimani. Gibt es. Ist die Schwester. Die heißt Lamia Slimani. Okay, ich habe Leihend. Ja, zehn. Sextoy. Libido steigernde Tabletten. Long Dong Dildo. Long Dong Dildo. Ist gut. Ist gut. Das ist der Dildo in Form von Long Dong Silver. Oder der Long Dong Dildo. Big Ben. Geht auch. Ich weiß nicht mal, was Libido Dings heißt. Libido. Deinen Trieb zu bumsen. Libido. Was ist das? Libido, klar. Sein Parfüm heißt Casanova. Was erwartest du? Ich habe Lust Spray. Das gibt's. Doch, es gibt... Lust Spray. Doch, doch. Das ist, wenn man den Eben schreibt. Geht einen Frauen damit an. So meinst Pfefferspray, was du mal bekommst. Nein, das gibt's wirklich. Keinen Sch***. Es gibt so einen Spray, dass du dir auf dem Schwanz sprühst, dass er halt erregt wird. Jeden das seine. Keinen Sch***. Okay, ja. Auf einer Tankstelle. Dann geben wir uns alle Zähne. Ja, ja, ja. Nein, ich schicke dir ein Bild. Das kannst du jetzt einblenden. Auf der Tankstelle. Ich habe es abfotografiert. Gibt es das auf dem Klo. Stimmt nicht. Tatsächlich zum Frauen auf Schleppen gehalten habe ich den Lamborghini. Laufen gehen. Laufen gehen ist... Laufen gehen kann man nicht. Nein. Das ist ja wie Arme. Komm, wir gehen laufen. Weil ich sie abschleppen will. Joggen gehst du. Zu einer fremden Frau. Komm, wir gehen einfach joggen. Ich habe Liebestöter-Unterwäsche. Liebestöter-Unterwäsche. Das ist doch nicht gut. 5 Punkte, oder? Liebestöter-Unterwäsche. Nein. Liebestöter-Unterwäsche ist doch nicht gut. So Frauen abschleppen, wenn du so eine... So eine Legge... Du hast 0 Punkte mal wieder hier, mein Freund. Iced Out, oh, was bist du für ein Mensch. Unnötig hohe Ausgaben habe ich auch... Habe ich Lambo. Habe ich auch den Lambo gekriegt. Das kriegen wir leider beide nur 5, aber ist trotzdem gut. Du wählst einfach, wenn ich auffallen soll, okay? Perfekt. B. Ich habe sehr langsam gezählt. Ich kenne keinen YouTuber. Kann doch nicht sein. Lombardi, bei dir ist die ganze Spalte leer. Alter, wie schnell seid ihr denn? Ich habe in der Schule auch nur noch hingerotzt und immer gute Noten. Okay, ich habe Stadt Brüssel. Brandenburg. Baden-Baden. Brandenburg ist keine Stadt. Das ist ein Bundesland. Bundesland. Da habe ich keinem auch Berlin schreiben können. Ja, Berlin ist aber eine Stadt und ein Bundesland. Ja, aber... 0 Punkte. Ne, 0 Punkte. Nein, nein. Aber ich hätte doch auch Berlin schreiben können. Ja, das wüsst du ja nicht. Aber warte mal, ich glaube, er hat halt echt recht. Ich glaube, Brandenburg ist auch eine Stadt. 10 Punkte. Du warst auch immer so bei Lehrern so. Kann ich noch Referat halten? Ja, gerade eben warst du auch falsch gelegen. Komm, komm. Baden-Baden-Szene. Lange habe ich Bulgarien. Ich habe Prastidien. YouTuber wie Bibi. Ich habe Brodatos. Brodatos meinst du? Brodatos, oder? Die Brodatos. Ganz genau die. Sexzoll. BDSM-Schaukel. So eine Sexschaukel. Das ist für Sadomaso. Was ist denn BDSM? Bondage Sadomaso. Ich habe Bambuspenis. Bondage Sadomaso. Was ist Bambuspenis? Bambus-Silder. Nee, nee. Tut mir leid Lombardi. Irgendwann... Warte mal. Ich habe Brustwarzen-Klemme. Kennst du die Dinger? Ja, ja. Das ist ein Sexzeug. Perfekt zu Frauenabschleppen, Badehose und geile Körper. Bier trinken gehen. Start. Frauenabschleppen, Bier, Alpohol. Und dann rein? Ist dein Motto? Ja klar. Rein in die Euge. Ich habe gar nichts und dann auch nichts. Ohne Tue ausgearbeitet den Bentley. Halt es mal wirklich jetzt? Du guckst die ganze Zeit bei mir. Wie denn, wie denn? Du sch********* du guckst die ganze Zeit. Okay, eine Finale noch, ne? Ich kann ich sein, okay? Jonesman. Stopp. K. Kacke, Alter. Stopp. Was? Oh, ja, Mann. Was? Ich habe zwei Felder leer. Traurig ist, ich habe keinen einzigen YouTuber. Das kann nicht sein. Okay, statt habe ich Krakau. Oh, Kreuzberg. Nein! 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 Kreuzberg ist der Stadtteil von Berlin. Das gebe ich dir null Punkte jetzt. Nein! Mit Rotenstift kriegst du null Punkte. Aber es gibt doch Kreuzberg. Gibt es nicht? Also, ich habe 10. Kreuzberg ist 10, sagt er. Nein, nein, Bro. Kreuzberg liegt null. Meinst du das gerade? Ernst? Ja, ja. Null. Das ist ein Stadtteil. Okay, gib ja auch Kreuzberg. Ja, wo ist dein Handy? Hol raus. Ja, hol raus. 150.000 Einwohner. Ja, aber es ist ein Stadtteil, Bro. Das ist keine eigenständige Stadt. Denkst du, ich hätte doch auch Karl zu sagen können dann? Ja, aber das hast du nicht gemacht. Der hat doch nicht 0,5 Punkte eigentlich. Du bist immer so der beim Lehrer mit Noten, ne? Land habe ich Kroatien. Kanada. 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 Ey, das ist ja S*****. 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 YouTube habe ich Krankrafter. Ich habe Kieran Jonas. Den hättest du schon. Ja, aber du bist jetzt kein YouTuber. Das stimmt. Sexto habe ich diese Kussmundbildos für Männer, wo so... Das Karussell. Und jetzt gibt es ein, ob das es gibt. Das gibt es. Gib ein, das gibt es. Das Karussell ist doch kein Sextoy, Bro. Nee, ich meine nicht das Kinderkarussell. Nein, du Kinderkarussell, wenn du das Sextoy liest. Glaub mir, vertrau mir. 10. 10. Das Karussell. Ich habe... Perfekt zum Frauenabschatten geeignet. Warte, aber wollt ihr nicht mal wissen, was ich als Sextoy habe? Nein. Ich habe Kugeln. Gibt es? 5 Punkte. Nein. Ja, doch. Gibt es. Ich kipp den für Karussell gar nicht. Karussell gibt es. Ja, natürlich gibt es Karussell. Ey, Google. Leo, Alter, blende das mal ein. Als ob es sowas gibt, Alter. Das ist so ein Teil wie ein echtes Karussell. Und dann das dreht so. Und dann auf der einen Seite hängt ein Dildo dran. Dann... Feinschelle. Okay. Das ist kein... Das ist das Blümste, was ich jemals gehört habe. Perfekt zum Frauenabschatten geeignet. Auf die Kirmes gehen. Kirmes, ja, okay. Ich habe Kino gehen. Ja, passt. Und ich hohes Auserbe. Kristall-Dildo kaufen. Da habe ich KA. Also keine Ahnung. 5 Punkte. Aber Kristall-Dildo gehen. Kaufhaus kaufen. Das ist eigentlich eine schlaue Investition. Kaufhaus kaufen, Alter. Ja, okay, das zusammenzählen. Okay, wir zählen zusammen. Ich habe 250 Punkte. Fuck, du? 225 Punkte. Warte, da habe ich mich ja verrechnet. Nein, nein. Er hat sich aber auch voll oft 5 Punkte gegeben. Also hier. 100, 180, 200. 200 nur. Ich habe das erste Mal verloren bei diesem Format. Ja. Scheiße. Wie viel hast du? 225. Ich glaube 490 hattest du, oder? Ja, 290. 490 Punkte von Pietro Lombardi, meine Damen und Herren. Erster Platz. Das legt euch nicht nur die an. Unglaublich, wie der junge Mann hier wieder gewonnen hat. Ich glaube es einfach kann. Ich würde mal sagen, im nächsten Video gehen wir aufs Karussell, oder? Das war's mit dem wunderschönen Video. Folgt mir auf Instagram. Folgt auch Pietro gerne auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Aber das Karussell, Alter. Junge, Junge. Ja wirklich. Meine Mutter hat's benutzt. Nein, Spaß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.